Konzerte vor der Haustüre 2022 im Rahmen von Music for the People im 23. Wiener Gemeindebezirk präsentierten drei Konzerte, unter anderem mit Alfred Dorfer, Angelika Kirschlager, Julia Stemberger und der Original Storville Jazz Band. Den ersten Streich erlebte man im Maurer Schlüssel am 9.9. Hier gab es das witzige Klassikprogramm, oder man kann es als Klassik- und Kabarett oder Klassik- und Comicprogramm bezeichnen, der Pudel. Mit dem halb Liederabend und halb Kabarett die Leute glänzend unterhalten wurden. Das Publikum und wir auf der Bühne haben wirklich viel gelacht. Nächster Tatort, Pfarrzentrum Rodan. Hier haben wir am Sonntagnachmittag ein Konzert gemacht, das auch für Kinder gedacht war. Und entsprechend witzig sollte es anheben mit Ausschnitten aus dem musikalischen Spaß von Mozart. Mozart, der hier bewusst falsche Töne hinein komponiert hat. Danach gab es die erste musikalische Geschichte, Ferdinand der Stier, erzählt von Julia Stemberger, Vokal, und mit Christian Scholl an der Solo-Violine. Dann gab es vom Clariverso-Duo, also ein Duo für Querflöte und Klarinette, überraschende Musik, nämlich Ausschnitte aus den berühmten Filmen, die John Williams mit Musik versehen hat, darunter der Weiße Hai, E.T., Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones und noch andere. Zwischendurch habe ich immer ein bisschen erklärt und schließlich kam es dann zum Hauptpunkt sozusagen, Peter und der Wolf, der dann mit einer Zugabe von Johann Strauß abgeschlossen wurde. Ja, und dann gab es einen beschwingten Ausklang in der VHS Erla, die haben einen hübschen Saal, und die Original Storywheel Chassband hat dort aufgespielt mit Franz Luttenberger, Kornett, Herbert Svoboda, Klarinette, Andreas Mittermeier, Posaune, Matthias Barta, Klavier, Arthur Udo Emsen, Benjo, Martin Tremel, Kontrabass, Wolfgang Dora, Schlagzeug und schließlich als Gastsängerin Bettina Krenasch. Und dann kamen auch noch der Bert-Six-Versteher Bischof und meine Wenigkeit dazu, um Gruppenfotos auf der Bühne zu machen. Es war ein schöner Ausklang und wir freuen uns auf eine Fortsetzung im kommenden Jahr.